Ach du heilige Wie ihr sehen könnt, es geht los Der Server ist released Erster Link in der Beschreibung kommt über meinen Ref Link auf den Server Damit, wenn ihr über den Ref Link auf den Server joint Kriegt ihr direkt ein Starter Pack Platinium 7 Tage, ihr kriegt richtig viel krassen Zeug Wenn ihr euch schon einen Account erstellt habt Und auf dem Server seid, könnt ihr trotzdem Slash Promo Berkoli eingeben Und kriegt dann auch diesen Zeug Guckt euch mein Gesicht an Guckt euch mein Gesicht an Wenn ihr diese Fresse auf dem Server seht, wisst ihr Bescheid Der Server ist heute released Und wir haben schon 3 Tote für Morde Mach du heilige Scheiße Ich kann mir keinen Mofa kaufen Jungs, schlagt euch nicht Ich sag nicht schlagen, er tritt durch So, jetzt jumpen wir mal rein Ey, was geht Bruder Oh sorry, komm steck ein Neue Stadt, neues Leben Wo gehen wir als erstes hin? Sag mal Oh, in den Tod wahrscheinlich So, mein Besser Ah, scheiß auf dich Der Arme, Digga Ja, Bro, jeder muss auf seinen eigenen Arsch hier aufpassen Neuer Server, neues Boah, jetzt muss ich mich aber wirklich von Anfang an Muss ich wirklich von Anfang an schauen, Digga, dass ich hier mir einen Namen aufbaue, Digga Die Dame Hä, mit mich ignorierst du, hä, mich Scheiße bringt nichts Haha, Digga, das klappt nicht Das klappt nicht bei der Digga, die hat Internet von Dings Indische Supermarket Papaya Steig ein, komm Ein paar Sekunden später Warte Und, hör auf Die Mann ruhe, Digga Piss dich mal Die Mann ruhe, Digga Okay, sorry, sorry, Ronald Sims kriegen immer eine gerechte Störte Oh fuck, ich hab kein Leben mehr, ich muss durchziehen, Digga Das war's Was geht, Jungs? Oder Bercule, was machst du ja? Was geht? Oh, Bercule, was ist los? Ach, du heilige Scheiße Habt ihr schon mal so einen Würfelpack gesehen? Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss mein Fahrzeug verstecken, damit ich mein Weil ich muss mein Bankkonto machen, Digga Ich muss mein Auto aber verstecken, damit das keiner finden kann und das klaut Okay, Digga Wir haben jetzt eine Mission Oh, versteck ich mein Auto Ah, hier sind auch überall Leute Nein Wenn mein Auto hier jemand findet, Digga, dann raste ich aus Oh mein Gott Okay, ich glaub, der findet das niemals, Digga Wir haben jetzt eine Aufgabe, Digga Ich muss jetzt da hin und mein Bankkonto erstellen Aber, oh mein Gott Das wird so, das wird niemals funktionieren Oh mein Gott, Digga, was ist hier? Mach mal Platz Ja, lass mir mal durch hier Mach Platz, ja, Salame Ja, Salame, mach mal Platz Ey, schubst doch nicht raus, ja, bitte Der kommt mit dem Mofa hier rein Ich muss mein Bankkonto erstellen, bitte Ich muss pupsen, hört auf jetzt, hier, mach Platz jetzt, lass mich ran jetzt, jetzt kriegt ihr alle auf die Nase Nein Ja, chillt doch mal, Jungs Das ist eine Scheiße Als Maul Als Maul Meine Ewigkeit später Ich schwör auf alles, ich mach Krieg an zwei Fronten auf, wenn ich jetzt nicht mein Bankkonto aufmachen kann Berkuli Berkuli Ey, Jungs, bitte, bitte Ich raste auch aus jetzt, ich schlag auch hier Digga, hört doch mal auf, ihr Pitches, Jani, Arme, ne, checkt dem, ihr schun Scheiße auf Geld Ich brauch kein Geld Ich schlag die Frau zusammen Okay, wenn es nicht funktioniert, muss ich ein anderes Geschütz auffahren Ich muss jetzt hier Freunde finden Bruder in dieser Stadt Wenn ich hier keine Freunde habe, ich bin aufgeschmissen Das ist einfach die Realität Ey, yo Ja, was geht, alles gut Ja, Mann, ey, hör zu, Alter, ich bin hier neu, ja Du auch, ne Müssen Freunde werden oder sowas, Alter, alleine überleben bin ich hier in dieser Stadt Ja, ja Steig ein Äh, nee, warte, ich schau kurz, wie teuer das Hotel ist, warte Du willst mir also nicht helfen Hier, jetzt bist du im Hotel drin, ey Jetzt bist du im Hotel, kauf dir, was du willst Nur die Besten der Besten Die darauf ausgelegt wurden, mit mir zusammenzuarbeiten Ich muss jetzt anders klären mit der Bank Gibt's keine andere Möglichkeit Die wollen alle mein Auto klauen Macht mal Platz, Alter, ich bin hier in meinem Wagen, ja So, ich schieb euch alle mal ein bisschen zur Seite, damit ich hier ran kann Okay, ich geh wieder raus Ich hab alles Egal, ich geh zur Polizei, Digger Was soll's Wenn alles schief läuft, Digger, kann ich immer noch zum PD gehen Sag, du willst mein Auto klauen Aus Versehen, ne, hier, das war auch aus Versehen, ne Hier, hier, Bro Hier, Bro Hier, das war auch aus Versehen Hier Aus Versehen, alles aus Versehen Hier Hier Jungs, wir machen einen Aufstand gegen euch Ja, so, nicht anders Okay, Jungs, ich hab ne Idee Macht mal jetzt alle ne Reihe, okay Macht alle ne Reihe, macht ne Schlange Ja, okay Oh, Strike, Bro, Strike Was geht, was kann man hier machen Guck mal, deine Freundin stört sich auf mich drauf Digga, ich glaub, es waren noch nie auf einem Schlag über 3500 Leute auf einem Server Das ist der Server, wo die meisten Spiele auf einmal auf einem Server sind Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen 3500 auf einem Server Hey, Bro Was geht? Hey, Rohn Ja, oh, wo hast du Buttermesser? Hey, Bruder, im Laden, 180 Schlager, komm mit mir Alter, nimm mich mal mit Ich hab nix, Alter, ich hab keinen Warum kann man hier Bananensamen kaufen, Digga Jetzt hab ich ja ein Messer Pass auf, pass auf Oh mein Gott Hör auf, hör auf, hör auf Der ganze Server will mich abstechen Nein, die schlechten meinen Kollegen Nein Er hat alle abgestochen, der Hund Mit dem linken Fuß aufstehen Du hast eine sehr schöne Glatze Berculli Oh imin Digga, egal wo, ich bin, Massenschliggerei, Digga, okay, okay, hier Dör mal auf, geschlagen, Junge Berculli Ich schlack deine Brust neuer, Junge Ist das Berculli? Komm mal, hier, esta Ja, Berculli Wir security amounts of people Berculli Dinger Berculli 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 Alle Dinger, Berculli Aller Dem Ey, ich wollt nur behandelt werden. Einer muss mich mitnehmen, Digge. Ich überleb das nicht. Oh nein, bitte nicht! Hör auf bitte! Berkuli! 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 Digga, meine Ohren sind explodiert, ja? Digga, was ist das? Es geht um Leben und Tod. Ich bin most wanted. Ey, fahr dir mal um, fahr dir mal um. Alles klar, alles klar, mach. Dann muss ich einfach rüber. Hallo? Sind Sie am Arbeiten? Hallo? Behindere sie bei ihrer Arbeit. Oh! Guck dir die an, Digga. Oh, alle schön am Arbeiten hier. Geht Arbeiten, los! Ran an die Arbeit. Wie tief kann man hier rein? Oh, schön am Arbeiten, die Herren. Jawoll, so will ich euch sehen. Aber du gehst Baumwolle pflücken, oder? Ich geh Baumwolle pflücken, ja. Schön, schön, schön. Bruder, du sollst deine Spitzhacken dagegen machen, nicht deinen ganzen Container. Was macht ihr Volltrottel hier? Ihr müsst euch erstmal anmelden zum Arbeiten. Ich bin nicht zum Arbeiten hier, ich will nur gaffen. Jetzt ran an die Arbeit. Digga, du musst dich noch anmelden, ne? Ich bin nicht zum Arbeiten. Mir gehört das hier alles. Mir gehört das hier alles. Mir denken auch, die kriegen hier einfach so Bezahlung ohne zu arbeiten. Warte mal ganz kurz, warte ganz kurz. So, steckt ein. Ey, was denkt die sich, ey? Ey, was denkt die sich, die alte Schachtel? Oh! Turn on! Yeah! Den hört man doch. Bruder, da arbeiten richtige Männer, Bruder. Und die kommt hier mit Mini-Rock hin. Was denkt die sich? Ey, woher hast du schon Waffen an? Ja, gut. Das ist Leader. Oh! Oh! Kann ich auch einen blauen Mafiak? Hab ich dann auch Waffen? Warte, der sieht aus wie Cisco mit einer Chemie. Bro, kannst du bitte ein Messer kaufen? Und damit dann draußen auf Geschwarten? Nicht verfolgt so ein kleines Kind. Oh! Oh! Teil one! Oh! Wir müssen kurz was klären, ja? Hey! 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 We sindw周bいる. Du kleiner Be$$$$$ ! 41 Wollt ihr Stress oder was? Wollt ihr Stress? Wollt ihr Stress oder was? Komm mal mit. Soll ich es einfach mit Messer in die Masse reken? Machst du das? Keine Eier. Bitte. Er ist ein bisschen leiser. Alter, was seid ihr subscribers? Oh mein Gott. Wie könnt ihr eine Frau mitnehmen, Digga? Bist einen bisschen leiser? Ähan... Lass doch viel Spaß. Komm mal, was hast du denn was? Ey! Was sticht ihr denn da? Ey! Das war nur Probe, chill, chill, Probe, das war nur Probe, ich geh wieder, chill, ich geh wieder, ich geh wieder. Ich wollte nur gucken, ob ihr spitze Gegenstände dabei habt, okay, alles gut. Warte, warte, das Auto ist offen. Ey, ey, chill, 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 chill. Entschuldigung, ich müsste hier einmal rein, da habe ich noch vorweist besitzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Hey, berg hoch, Abi. Fahr, fahr bitte, fahr noch raus. Oh, steck fest, berg hoch, ich stecke. Chill, chill, chill. Ihr Scheiße, ihr Scheiße. Oh, oh mein Gott, ich bin tot, ich bin gleich tot. Yo, Jungs, können wir mal eure Kiste haben? Ja, natürlich, kein Problem, ich schenke euch mein Auto, ihr kleinen Wichserverpissler. Hey, die haben euch beleidigt, was die Wichser. Lass mal gerade gucken, wie viel ein Auto kostet, damit ich weiß, wie viel Kohle ich brauche. Nein! Zwei Sachen, erstens, die Autos sind zu teuer, zweitens, wo ist unser Mofa hin? Das Auto ist auch voll cool. Ja, das ist aber nicht ihr. Da waren acht Leute, die haben mich bedroht mit Waffen, haben uns abgezogen, ich konnte nichts machen. Ja, ja, klar, klar. Hä, die haben die einen einfach im Kofferraum. Ja, habe ich gesehen, die hat dann noch rausgeguckt. Ey, du Beckenrandschwimmer. Ey, du Mandarinen mit Schaleesser. Okay, vielleicht sollten wir mal was anderes machen. Wie kann dir das so Spaß machen, Digga? Du bist ein Psychopath. Das ist voll befriedigend, wenn du so gegen die klatschst und die Ragdolls dann einfach wegfetzen. Ey, ihr könnt hier nicht fahren, oder was? Digga, bitte, bitte nervt jemand anderen, danke. Hä, was bist du für ein komischer Rabauke hier? Digga, bitte verpiss dich einfach. Wie kannst du mich so nett darum bitten, mich zu beleidigen danach? Ja, komm, ja. Keiner wirft hier Müll weg in meiner Gegend. Guck mal, wie der rennt mit seinem Müllsack in der Hand. So, willst du auch noch, komm raus. Komm raus, du willst du auch noch, willst du auch noch einen Stich. Sorry, Cisco.